Die Welt befindet sich im Wandel. Regenerative Energien nehmen einen immer höheren Stellenwert in der modernen Stromversorgung ein. Dies bringt jedoch nicht nur Vorteile mit sich. Unser sonst stabiles Stromnetz muss sich durch die stets steigende Anzahl von alternativen Energien immer größeren Belastungen aussetzen. Durch die Anschlüsse von Windkraft- und Photovoltaikanlagen, welche sich nach der Verteilnetzstudie bis 2032 verdoppeln oder sogar verdreifachen werden, gilt es, neue Anforderungen zu bewältigen. Dies beeinflusst unsere Stromnetze. Weit mehr als 25 Prozent der ländlichen Netze werden durch die volatile EE-Einspeisung in den nächsten fünf Jahren deutliche Probleme mit Spannungsbandverletzungen haben. Doch welche direkten Auswirkungen hat dieser Wandel? Die Energieversorger sind dafür zuständig, dass das Spannungsniveau gemäß der Norm EN 5061 von 400 Volt plus minus 10 Prozent eingehalten wird. Durch die neuen Belastungen entstehen jedoch Spannungsschwankungen, welche diese Aufgabe deutlich erschweren. Genau hier hilft Nessi. Mit Hilfe von Nessi kann der Energieversorger den Problemen der Spannungsschwankungen entgegenwirken und die Ausbrüche korrigieren. Stabile Spannung, schnelle Regelung, hoher Wirkungsgrad – so das Motto von Nessi. Nessi ist eine Weiterentwicklung der etablierten Spannungsregler-Technik und ist eine praktische, kostengünstige und flexible Lösung, um Spannungsschwankungen im Netz zu stabilisieren. Nessi macht sowohl Öl- als auch Gießharztransformatoren regelbar. Das ist vor allem für Industrienetze mit eigener Mittelspannungseinspeisung relevant. Mit Nessi kann die Spannung erhöht und abgesenkt werden, was sich in Zukunft sowohl bei steigender Belastung als auch bei steigender Einspeisung sehr gut eignet. Nicht zu unterschätzen ist auch, im Unterschied zu anderen elektromechanischen Lösungen mit Schaltern werden bei Nessi extrem robuste und wartungsfreie Bauteile eingesetzt. Doch wieso sollten Sie sich für Nessi entscheiden? Ganz einfach. Bei einer Vielzahl von Ortsnetzen ist die komplette Erneuerung des Transformators unwirtschaftlich. Oft sind kleine dezentrale Spannungsregler sinnvoller, um beispielsweise nur einzelne Netzstränge zu stabilisieren. Während Ortsnetztransformatoren immer alle drei Phasen regeln, kann es in einem Industrienetz mit einer sehr unterschiedlichen Lastenverteilung sinnvoller sein, gezielt einzelne Phasen zu regeln. All diese Möglichkeiten bietet Nessi. Nessi erfordert keinen Netzumbau, ist einfach zu installieren und sofort verfügbar. Dies bringt zugleich einen klaren Kostenvorteil, da die vorhandenen Transformatoren nicht ersetzt werden müssen. Die Aufnahmefähigkeit des Verteilnetzes für EE-Einspeisungen erhöht sich somit auch ohne kostenintensive Netzausbaumaßnahmen. Haben wir Ihr Interesse an Nessi geweckt? Wenn Sie weitere Fragen haben, dann besuchen Sie doch unsere Webseite oder melden Sie sich persönlich bei uns. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.